Hey Leute, was geht's? Heute gibt's wieder ein krasses Gameplay. Wir haben den Anker gespielt. Es war schön. Bis es extrem unschön wurde. Wegen euch. Tschüss. Uuuuhh. Also wir könnten jetzt Piranha-Bild versuchen, weil's Spaß macht. Burn-Bild hat immer sehr viel Spaß gemacht, aber das ist einfach lustig. Ich hab noch nicht rausgekriegt, was da das Beste ist. Weil ich hab das Ding schon auf 400, auf 500 Schaden gekriegt und noch weiter. Und es war immer noch Shit. Weil du wirst dann gefreezed oder so. Du wirst dann gefreezed. Aber das macht am meisten Spaß. Ich mag's einfach zu doll. Guck mal, die goldene Variante davon. Das ist auch nicht schlecht. Leute, das läuft aber gut. Also das ist ja schon ein Traum. Jetzt noch das hier, aber das brauchen wir eigentlich nicht. Eigentlich brauchen wir das hier. Weil der da ist useless. Weil wir werden eh dieses Krähnest spielen. Wir werden eh das Krähnest spielen. Aber es ist ein guter Start, Leute. Ich weiß nicht, wie du das leisten kannst. So. Das hol mal. Danke. So. Small Skill. Muss ich den bezahlen oder krieg ich den? Fuck. Ich krieg einen. Ah, fuck. Shit. Ich muss mir das merken. Ja, mit Freeze countert man mein Bild sehr hart. Oh, der hat... Warte mal. Der hat... Also, ich sehe so viele mit Jojo. Leute. Kriegt der immer Jojo? Kann das sein? Jojo ist übegeil. Macht einfach immer Spaß. Der ist nicht gestorben. Man sieht doch bei den Items, welchen Char die sind. Ja, es ist der Schweine Char, ne? So. Oh, das ist lucky. So. Ja, das ist schwer. Mehr Damage. Ist eigentlich selbstredend, ne? Und der Max-HP-Verlust, der ist ja nur einmal, richtig? Klappt das übrigens? Ne, ne? Das klappt nicht. Das geht einfach nicht. Hm. Okay, also das ist actually ein solides Slow-Item. So, hier wäre das das Beste. Und dann brauchen wir jetzt noch Large-Items. Wir brauchen Large-Items. Wir brauchen auf jeden Fall das Krähen-Nest. Das Krähen-Nest sorgt für Lifesteal. Und übelst viel Crit. Und dann gibt's so eine Rune, die sagt, wenn du Crit ist, kriegst du mehr Damage. Was ist das denn eigentlich eine Rune? Vielleicht ein Skirmisch. Und du zählst... Oh, der ist Geld auch. Boah, sechs Sekunden ist ganz schön scheiße. Ja, ich mach mal den hier. Ich füge einen Freeze. Übe gut. Medium-Sized. Ja, können wir mal gucken. Das habe ich dann immer dazugeholt, ne? Ich habe dann immer Items zerstört, wogegen ich so viel Platz hatte. Okay, also es läuft... Ich finde, es läuft gut. Aber ich brauche das Krähen-Nest. Oh. Oh, oder was ist das für ein Rettungsring? Der Rettungsring ist ja absolut geisteskrank. Ja, das verlieren wir, weil wir den Rettungsring nicht triggern. Seine Waffe sei einfach schneller als meine. So. Der Rettungsring ist halt sehr nützlich. Small, non-weapon. Large Items. Ja, Large Items brauchen wir. Genau das brauchen wir. Let's go. Was ist das? Wenn du buy this, get spare change. So, wir steigen gleich auf. Wir können den hier holen, weil wir kriegen jetzt zwei Slots, richtig? Weil das zählt nicht als Waffe und er macht was. Oh, das ist scheiße. Ne, das ist nicht scheiße. Das ist überragend. Das ist sehr gut. Okay, also, das Ding hat jetzt Lifestyle. Das Ding hat super viel Crit. So, und das Tolle ist jetzt, Leute. Wir sind jetzt fast Full Build. Also, ich will das hier nicht haben. Sondern ich will diesen Skill haben. Wir brauchen jetzt den, Motherfucker. Aber Gold würde ich auch nehmen. Ich brauche Schäme zu den Volkander-Islanden. Siehst du das, Blank? Ja. Skills denn eigentlich ist das Wichtigste. Medium Weapons. Ja, wir können leider nicht rerollen. Nequatic Item könnte alles Mögliche sein. Was? Okay, das ist gut. Warte mal, was mussten wir jetzt nehmen? Wir mussten immer... Scheiße, was war bei der Karte nochmal? Wir haben 100% Crit, Leute. Den Crit sind wir jetzt durch. Weil da brauchen wir nochmal die... Also, was ist denn mit der Karte eigentlich? Streamer-Luck. Arbeiten bei den Docks. Arbeiten bei den Docks. Danke. Muss ich mir aufschreiben. So, also der hat Duck Tape. Der macht uns übelsten Damage. Aber das Gute ist, wir healen halt sehr krass. Ja, der Heal ist... Ey! So, wir healen halt sehr heftig, tatsächlich. Wir müssen die Waffe noch abgeräten, ja? Waffe ist scheiße. Ja, also Loot brauche ich. So, Skills. Auch sehr wichtig. So. Nee, ich muss das nochmal rerollen. Fuck, man. Nee, das ist scheiße, Leute. Das ist wirklich kacke. Hier hole ich einfach nichts, na? Weil es ist einfach Geldverschwendung. So, wir müssen bei den Docks arbeiten. Ja, das ist alles Quatsch. So, okay. Was macht der da nochmal? Ah, das ist der Golf, Mann. Also Spare Change zu den Vernottungen. Aber warte mal, wenn ich das Ding kriege... Leute, das ist zum Beispiel auch eine Frage. Mein Lifestil zählt nicht als hier, richtig? Oder? Lifestil ist Lifestil. Und hier ist was anderes. Das Start of each day... Hä, äh, was? Also ein Holster können wir erstmal kaufen. Konnte ich, äh, war Waffen kaufen sinnvoll? Nee, ne? So. Das Start of each day get a small ammo item. Small ammo item. Bringt uns das was? Nee, no? Mehr ammo ist Quatsch. Ja, ist alles Müll. Das ist auch Müll. Aber halt anderem Müll. Mehr ammo ist gut, ne? Bei dem nicht. Weil der reloadet... Wenn es die einzige Waffe ist. Und das wollen wir ja. Verstehst du? Diese Waffe funktioniert nur, wenn sie ganz allein ist. Don't squabble. So. Er hat viel, viel kleinen Scheiß. Mal gucken. Okay, der hat auch nicht reingekrittet, aber wir healen. Wir healen sehr gut. Das ist wie schön, wenn wir noch mehr healen würden. Oh, das war übelknapp. Da stand kurz zwei HP da. Das macht noch keinen Schaden, das Ding. Das ist doch scheiße. Okay, das ist, das ist Lucky. Aber das kann man nicht upgraden. Mann, das ist so ärgerlich. Jetzt mal ehrlich. Ah, der geht runter, der Damage. Das ist nicht beim Kauf. Es ist nicht beim Kauf. Es ist nicht beim Kauf. Okay, also es macht Spaß. Aber es ist wirklich ganz, ganz schrecklich. Es ist wirklich der schlimmste Albtraum. Okay. 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 Das ist gut. Das ist auch mehr oder weniger okay. So. Tools. What's up? So, die Clam ist eigentlich nicht schlecht, ne? Weil die Clam ist aquatic. Das ist gut. Ich weiß nicht, ob das die Crew inspiriert. Ich glaube, meine Crew hat gar keinen Bock mehr. Meine Crew hasst mich. Guck dir das mal an, was ich hier habe, Leute. Also nach jedem Tag finde ich halt irgendeine Scheiße. Aber es ist einfach, einfach schlimm. Also gewinnen kann ich nicht, weil ich skate zu langsam. Guck mal, guck dir das mal an. When you sail a weapon. Ey, das ist doch stupid. Leute. Das ist doch stupid. Stupid. Boah, das war close. Ich habe es gegengehealt. But I don't use pain. So, warte mal. Der Mountain Pass, Leute. Bringt mir bei Mountain Pass die Karte was? Was ist das denn? Hä, ist eine Waffe weg. Kommen wir Lust auf Backpack Battles? Ja, ein bisschen. Bringt mir hier die Karte was? Ne, ne? Aber es wirkt so. Es gab auch so ein Item, was Overcredit hat. So, das habe ich auch gerne gespielt. Statt den beiden Slows habe ich Items zerstört. Get a friend. Gucken wir mal nach Tools. Reload adjacent Items. Also ich würde das Ding auf jeden Fall noch irgendwie hasten. Das wäre geil. Was macht denn der Shark? Der Lone Shark. Der hat einfach nur Geld gegeben, ne? Und der hat einfach nur einen fetten Kran gehabt. Scheiße, wir müssen es denen auch merken. Ich will das ausspielen. Ich habe ja keine Kreditkarte, ja? Aber kann man nicht einfach bei einer Bank eine Kreditkarte kriegen? Ich würde bieten Banken keine Kreditkarten an. Ist das nicht so der erste Weg, um eine Kreditkarte zu kriegen? Pathetic. So. Leftmost Aquatic Item. So, jetzt können wir das Ding hier upgraden. Und dann brauche ich irgendwann das hier nicht mehr. So, weil das jetzt bei 100% Kredit. Aber es gibt noch ein Item, Leute. Es gibt ein Item, was sagt, wenn du mehr Kredit hast, dann geht es richtig ab. Und das brauche ich. Ich brauche eigentlich nur geile Skills. The start of each fight. Permanently Ganker. Ne. Also wir rollen. Okay, warte mal. Das sieht interessant aus. When you use a weapon. Okay, das ist schon mal gut. Das ist gut. So, das heißt, das Ding steigert sich jetzt mit jedem Schuss. Und es ist 100% Kredit. Und es gibt ein Item, wenn du zu viel Kredit hast, dann wird er noch oben drauf gerechnet. So, der hat einen fucking Bohrer. So, das heißt, die Waffe steigert sich jetzt... Was war das? Oder ich heile gerade noch so. Alter, der zippt mich. Ich habe halt so wenig Leben. Also erst mal verkaufen, wer ihr Mist. So. Was für Aquatic Item gibt es? Also wir können das... Die beiden... Die beiden Idiots noch verbessern. Paste your other items. Naja, das ist einfach richtig zu groß, oder? 10. Oh. Das ist schlau. Ja, das Ding mag ich, aber können wir nicht spielen. So, der Typ. Der war worth. Thug. Habe ich mir gemerkt. Thug war cool. Weil Thug konnte uns. Was? Your weapons gain damage. Oh, das ist krass. Alter, Spices. Das heißt, der verdoppelt. Wenn ich Spices kriege... Ah, nee, das hat Munition. Und wieder ein Anker. Also Leute, sagt ihr, wir spielen so. Your enemies maximal half. Ja, okay, genau. Wollen wir das mal probieren, Leute? 10 Sekunden ist viel zu lang. Aber dann ist er tot. Chill, der kaut natürlich hart. Ja, aber das Leben ist auch hart. Also da hätte ich... Also wir... Ja, ist schwer. Der Cooler geht doch bestimmt runter, oder? Ich halte keine 10 Sekunden durch, ne? Nee, ihr habt recht. Ich halte keine 10 Sekunden durch. Der kriegt aber auch Haste. Ja, stimmt. Nee, wir ziehen's durch. Ich hab das schon mit dem Gewehr gemacht und wir haben verkackt. Guck mal, das Ding geht doch übelst schnell. Aber was macht plus 15? Ja, ich brauch einfach noch ein schnelles Item. Aber das ist ja auch schnell. Wir ziehen's durch. Ja, doch. Aber das ist ein Giftbild. Das ist schon mal gut. Giftbild braucht lange. Das war so close. Das war so close. Das war über close. Aber das ist nicht Aquatic, ne? Also das macht mich wirklich sehr sad, Leute. Wait, hab ich jetzt die Schokoriegel sofort gegessen? Fuck, hab ich die Schokoriegel gegessen, Leute? Habe ich den Schokoriegel gegessen? Okay, was brauche ich jetzt? Ich mach jetzt den da. So, was tut der? Was ist das? Wenn ich ein Item use? Ja, ich use keine Items. Das ist schon mal gut. Okay. 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 Nee. Also wir brauchen nicht das da. Wir brauchen keine Crit-Items. Was brauchen wir? multicast im aber also was 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 ist es wir machen wir gold tier core ist der core jetzt geht es los das ist es noch mal 20 prozent cool okay wir verkaufen jetzt die beiden sachen der hat einen geringen cool also der reduziert cooldown der reduziert cooldown der das noch vier sekunden wenn er geheißte ist oder viel leben woher also der hat nur heißt wenn das linke alte benutzt wird das gift bild roms er ist ein dicker anker wie wird gehastet wenn das item links benutzt wird wird gehastet das heißt wir brauchen hier eine übelst schnelle seite irgendeins um etwas echt schnelles 5 und mal 5 ja ich mach jetzt so so guck mal left most es leuchtet nothing so dann das weil das gibt cooldown gibt der hier viel cooldown auch cooldown junge 7 also 3,5 und ganz schnelles item da links am besten aquarisch wir machen was hat was hat er also ich brauche die liste die rolle die rolle muss neben dem aber verkehr das darf nicht dazwischen sein guck mal wie schnell der jetzt ist klonk das ist ein dicker anker der slow ist unangenehm aber es macht peng das ist kein waste of gunpowder bevor es wir gewonnen haben sales enchanted items so warte mal was merchandise pete for each adjacent friend pete braucht 6 sekunden pete ist fucking teuer der ist kinder interesting ja der leben wir nochmal aber ich glaube es reicht nicht hier non weapon ist gut wenn you crit also das hier ist interessant das ist interessant warte mal das müssen wir mal ganz kurz angucken das ist 4,2 es ist 4,2 was langsamer ist ich hoffe dass das aquatic item übers reinhaut aber macht es ja gar nicht du benutzt deine waffe nur zweimal ja mir geht es eher darum dass das haste so schnell wie es geht draufkommt ok also ich gehe los was passiert hier bitte kein freeze was hab ich gesagt so also einmal rum bitte auch kein slow ja also noch einmal der schild ist unangenehm das hier ist ein bug guck mal das ist wieder so ein spielfehler weil das ding ist ja ich hab da wieder volle hp ich genieße bloß spielfehler nicht ich mags nicht ich bin da ganz traurig auch ich mag normale computerspiele aber mit fehlern gar nicht leider fehler machen mich super wütend ganz wütend ganz wütend so crit skills ja also bei crit oh ist das ja freeze ok guck mal das ist interessant das ist zum beispiel sehr interesting weil das geht sehr das geht sehr schnell auf haste vielleicht ist es das Leute weil das geht schneller geht nur dreimal ja aber ich brauche ja auch nur dreimal der muss ja nur zweimal hin und der haze geht vier sekunden ich glaube es geht wir probieren jetzt void kolossus außer bei schild ne bei schild geht auch bei schild geht auch guck also wir machen einmal bumm oh er ist weg aber gut dass er weg ist so he dead richtig ist tot gain shield equal to your enemy burns sonst boah das ist ja terrible so wir haben sehr viel geld so skills also das bringt uns nichts das auch nicht das da klingt interessant when you use your rightmost item wieso leuchtet da wieder nichts slow an item for two seconds wir machen mal das ding hier wir kaufen immer mehr tankiness aquatic item cooldown let's go heal effekt ja der schon heal effekt was passiert da immer neugierig 180er heal super supi supi sinnlos ok der da kann 34.000 leben haben heal ist nicht lifestyle so pass auf der schießt jetzt auf uns seht ihr das das tut weh und er hat unsere waffe geslaut ja es tut nur weh scheiß jojo ok wir leben noch so enchanten also gibt es einen enchant leute der uns was bringt weil enchanten ist super bugged weil wenn ich jetzt poison drauf mache dann geht das gar nicht er hat zwei poison gibt es multi strike das wäre heftig wenn ihr usern adjacent item das ist ja traurig so medium and large pfefferspray pfefferspray ne weapon leider so ok diamond tier 2 xp ist das ne weapon this has plus 4 max ammo for each small item you have wieso steht da ammo nicht mal da das ist aber komisch oder dass die ammo nicht ah jetzt steht sie da ja können wir leider nicht nutzen weil es eine waffe wir machen mal den da weg bitte sei einfach nicht schnell dieses fremd ist die jetzt quadruple damage was ist quadruple wir wissen es nicht wir wissen es nicht guck mal also wir können auch da mitspielen wollen wir da mitspielen leute mit der flammen berge ich meine wir können jetzt den anker ersetzen leute der anker ist schon lustig ich geh mal ganz kurz pullern das ist schlau ich trinke die ganze zeit aber hätte ich bock schlau gut hi mein name ist maxi markhoff ich war duschen gerade sind meine haare noch ein bisschen nass und auf der dusche ist mir eingefallen dass ich ein sehr guter tier imitator bin na aber nicht diese einfachen dinge wie einen hund nicht auch andere tiere eine katze auch leicht aber maxi markhoff nimmt nicht die leichten dinge ins visier was tut er was ein delphin ich präsentiere ihn bedarf sie füllen zuerst ihre linke backe ne heute gibt es kein delphin ihr habt euch den nicht verdient weil der anker mir angst macht also ihr wollt jetzt die flamberge spielen weil dann ist auch das ding kacke die flamberge die flamberge ja selber schuld weil ich könnte jetzt die 300 schaden machen lassen dann macht die 1200 damage aber das ding ist einfach ne das ist scheiße warte wir bleiben beim anker wenn jetzt wieder so ein typ kommt mit 100.000 leben habe ich wieder verloren machen wir nicht das ding ist quatsch warte mal warte mal first time you use a large item in the fight adjacent okay das ist nett aber ich habe kein item wenn ihr exakt die wort weapon use it if you have exactly one weapon okay das ist nicht schlecht das ist kind of good okay das ist ein kleiner idiot mit kleinen idioten werde ich doch wohl fertig machen we are out to dethrone a cape not to squabble with nobody so der hat nen dicken schild aber wir machen rums das ist schon ne menge damage ddu 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 der ist tot guck mal was der hier hat o he dead du hast zwei waffen du hast kein gehörn man das ist keine waffe du idiot das ist small oh ist so unangenehm so unangenehm 4,9. Also merkt ihr. Leute, wie viele Sekunden haltet ihr das aus? Oh, leider. Doch, leider ist es. Jede drei Sekunden. Snap, 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 snap. Large Items. Nee, ich brauche Medium Items. Doch, Pete. Pete brauchen wir nicht. So, wir gucken jetzt uns Lord Arken an. Weil wir haben vor niemandem Angst. Der hat ein Raumschiff. Use all your Items. Boom. Ich habe einfach mit einem Anker ein Raumschiff zerstört, Leute. So, deal 20 damage. Reduce this item's cooldown for the fight. Dann passt das Bild zum ersten Mal. Aber wir bleiben jetzt beim Anker, oder? Oh, Gatling ist wirklich witzig. Aber es macht halt gar keinen Schaden, das Ding. Aber das hier. Seht ihr das? Der ist mittlerweile bei sechs Sekunden. Wir bleiben beim Anker. Und brauchen noch mehr Skills. Wir haben irgendwie viel Geld. Können noch mehr Geld machen pro Waffe. Mann, ich hätte gern am Anfang Haze. Das hätte ich gerne. Das ist es. Oder? Wobei... Wobei, dann hasten die sich gegenseitig. Das ist doch gut, oder? Das ist eine gegenseitige Hastung. Was ist das? Level 15. Enchant. Ein Item with Haste-Effects. Crit-Effects. Burn. Okay. Das müsst ihr mir jetzt erklären. Wenn ich das jetzt mache, Leute, überschreibe ich hier etwas, was mir im Leben wichtig wäre. Okay. Ich überschreibe. Also muss ich das nehmen? Aus Feuerzeugen. Na gut. Aha, der Haste dann aber noch mehr. Okay. Das heißt, es muss darauf sein. Hallo. Mann, jetzt... Riot Games. So. Also. Der könnte mich jetzt down... Oh, warte mal. Der spielt Burn. Okay. Burn ist schnell, aber nicht schnell genug wahrscheinlich. So. Haste. Haste it. Was? Weg mit dir. Hör auf, das zu freezen. Bitte. Der freez. Ich hab nicht so viel zur Auswahl, Leute. Ich hab nicht so viel zur Auswahl! Ey, das ist scheiße. Guck mal, der freezzt alle zwei Sekunden für zwei Sekunden. Das war eben Passo. Also der verliert gegen alle außer mich. Und ich gewinne gegen jeden außer ihn. Das war nicht so viel zur 감 their Darren. Aber ich kann mich überziehen. Und ich kann sich um den, den ich über die Höhen.